Für den Wagen? Ich gehe dahin und verstecke mich dahinter. Das Tor wird von diesem Turm aus angesteuert. Wenn du es öffnest, fahre ich mit dem Wagen durch in den Schritt dahinter. Viel Glück. Und versuche nur die Ölmänner zu töten, ja? Die Ölmänner zu töten. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Ja, ja, die Möse, alles machen schnell, was zu viel, sehr zu viel.